Hallo, mein Name ist D'Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Alaska und der 500er Karte. Wir haben Tag Nummer 9 und wir stehen auf Rang 84 mit 7 Siegpunkten. Und ich konnte gestern nicht aufnehmen, das ist aber nicht so schlimm, denn das meiste passiert heute. Denn wie erwartet zum einen ist ja Dawson ganz gefallen. Das wurde aufgeteilt zwischen unserem Ally Aklawick und unserem Ally Point Moody. Und jetzt kommt der große Angriff auf Anchorage, auf Zentral-Alaska. War ja lange geplant und wir müssen sie jetzt einfach finishen. Und was soll ich sagen, wir haben es zum ersten Mal geschafft, eine ihrer Provinzen einzunehmen. Fort Yukon ist gefallen an Aklawick und sie rücken auch weiter vor. Es scheint für mich so, als würde jetzt unser Feind hier aufgeben. Ich glaube mit dem Ende ihrer Allianz hier haben sie verstanden, dass es da keine wirkliche Chance für sie gibt. Sie werden hier nicht weitermachen können. Das sieht nicht für sie gut aus. Wir haben jetzt hier auch ein großes Truppenplus insgesamt. Wir selbst können noch nicht angreifen, leider. Ich würde gerne. Aber Tainuk ist weiterhin zu stark verteidigt. Die Festung ist auf Level 5, da haben wir keine Chance durchzukommen. Eventuell wäre eine Landung ganz cool. Wir probieren das mal aus und marschieren mal in die Richtung und gucken dort mal nach. Bringen derweil noch Truppen nach Kanodak. Und derweil ebenfalls sind wir auch offensiv aktiv im Norden. Da haben sie ja Hotspring und Kala eingenommen gehabt, bevor wir das machen konnten. Und jetzt rücken wir zum ersten Mal wieder vor und werden diese Provinzen jetzt von ihnen einnehmen. Die Moral ist mies und das ist unsere Chance, jetzt hier auch endlich mal wieder Land zu bekommen. Und dann werden diese wohl endlich die nächsten Tage besiegt werden. Es wird auch relativ schwierig sein, hier durch Tainuk zu kommen. Wir werden zum Glück bald auch die ersten Artis haben. Also bald ist relativ. Wir werden hier zumindest heute noch die Fabriken fertig bauen. In Fort Alexander und in Otgo Vigamut. Aber dann bis die Artis kommen, vergeht noch etwas Zeit. Und dann können wir hier endlich bombardieren und dann irgendwann auch durchbrechen. Vielleicht haben wir Glück und sie werden tatsächlich inaktiv. Dann können wir auch die Truppen aus der Festung ärgern. Ansonsten wird es auch ein bisschen dauern. Aber Anchorage und Orca und Co. Falls, Weary, Fort Hameln, all das hier ist jetzt sehr erreichbar. Wir bringen Truppen in die Richtung und werden hier dann bald Angriffe starten. Es wird passieren und ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Jetzt müssen wir aber wirklich auch vorausschauen. Ich konnte, weil ich gestern kaum da war, noch nicht wichtige Schritte einleiten. Zum Beispiel hier unten hinan einladen. Das machen wir jetzt mal. Erstmal ganz unformell, ohne Nachricht. Wir laden sie einfach mal ein, hoffen, dass sie akzeptieren. Wir könnten noch weitere Nationen einladen. Hier oben zum Beispiel Nord-Sibirien ist aber schon bereits vergeben. Die hier auch, die hier auch. Ich würde erstmal auf hinan warten. Die aber eventuell auch alliiert sind bereits lokal mit Nationen. Wäre aber eine schöne Allianz. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie ablehnen werden. Alternativ? Wisconsin? Oh, Wisconsin, ja, dicke. Definitiv Wisconsin. Wir laden mal Wisconsin ein und hoffen, dass sie vielleicht auch annehmen. Also wir müssen mal so ein bisschen schauen. Ich werde auch dann Nachrichten rausschicken. Sehr bald sogar. Aber ich will eben jetzt schon mal gleich hier klar Schiff machen, dass wir eben einen Plan haben für das weiterführende Midgame. Unsere Allies breiten sich ja auch weiter aus. Point Moody spielt das hier gut. Die besiegen hier gerade auch eine aktive Nation. Das ist hier drüben Atabasca Landing. War ja ein Konkurrent von ihnen. Den sie jetzt hier ziemlich zermöbelt haben. Wirklich gute Arbeit dort. Aklawick hilft uns noch fürs Erste und wird dann vermutlich gegen diese beiden Ex-Allies von uns noch Krieg für North Alberta und Ford Enterprise. Sowie auch dann Ford Reliance, die alle drei nicht wirklich aktiv gespielt haben. Auch alle drei wieder inaktiv jetzt. Da ist auch eine gute Chance für sie zum Ausbreiten. Also die beiden haben echt viel zu tun. Die werden viel bekommen. Und ich denke, zwei neue Allies wären jetzt genau das richtige Signal für uns. Ich sehe gerade hier landet Irland übrigens in Island. Ist ja auch spannend, wenn die gerade hier oben in Grönland aktiv sind. Ist ja auch witzig. Ansonsten haben wir auch geschaut schon mal nach New Brunswick und nach Pennsylvania. Aber alle bereits vergeben. Kalifornien gibt es noch. Tamaulipas ist bereits vergeben. Alle, die wirklich irgendwie gut aktuell hier sich schlagen, sind bereits vergeben leider. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich schauen, dass wir weitermachen. Ansonsten könnte man sogar nach Brasilien schauen irgendwann. Also so ein bisschen weiter weg. Oder hier unten, das ist hier Papua-Neuguinea. Aber die sind auch bereits in einer Koalition, die aber jetzt nicht wirklich groß ist. Ortego können wir auch noch. Aus unserer Dingens-Serie. Wir wissen ja noch, aus der letzten 500er-Karte. Aber die wären möglich, weil deren Allies der AFK. Das wäre auch eine gute Allianz eigentlich. Das kann ich mir sogar ganz gut vorstellen. Aber die sind im Level sehr niedrig, was aber eigentlich nichts heißt. Also ja, ich versuche gerade so ein bisschen zu gucken, wer noch so für uns passen würde. Werde auch da Nachrichten rausschicken und auch nochmal der Allianz kommunizieren. Unsere Ziele. Aber für uns erstmal ist klar, wir müssen jetzt hier hoffentlich in zwei Tagen, vielleicht schon, vermutlich wegen Taynuk länger, endlich Zentral-Alaska besiegen. Alles einnehmen. Und dann müssen wir bauen, bauen, bauen. Denn wir müssen hier den Übersatz wagen nach Sibirien. Wir brauchen hier drüben eine Position. Wir brauchen hier drüben einen Brückenkopf. Mindestens das hier. Idealerweise mehr. Aber selbst das hier braucht es halt ewig lang zum Einnehmen, wegen der Länge der Provinzen. Und dann haben wir ja schon bereits aktive Nationen hier drüben, die uns sehr früh dann hier auch stoppen werden. Also ideal ist das nicht. Das letzte Mal, ich erwähne es oft und gerne, als ich diese Karte mit der Nation gespielt habe, also mit exakt West-Alaska. Da habe ich dann noch eine lange Zeit mich nach Süden ausgebreitet. Bis nach Kalifornien, bis nach Mexiko bin ich dann hier gegangen. Habe hier quasi all das hier besessen. Und das war cool. Aber hat eben auch lange gedauert, bis Tag 20, sowas in der Richtung. Ich war ja lang unterwegs. Es ging erstaunlich schnell. Habe hier eine Koalition besiegt, zwei aktive Nationen. Das war ziemlich cool. Und das war sehr wichtig. Aber dann war ich eben auch da, sehr verzögert. Konnte nur kleine Landungen hier drüben machen. Habe dann eben gleichzeitig hier drüben das eingenommen. Aber es war alles verzögert. Und dann war ich dann irgendwann hier. Und dann war hier schon alles organisiert. Und dann war das echt blöd. Und ich war zu spät. Und das Gleiche könnte jetzt passieren. Aber nicht, weil ich hier aktiv bin. Einfach nur wegen Zentral-Alaska. Also wir werden dann noch eine weitere Fabrik versuchen zu bauen. Das ist auch möglich. Ich habe jetzt gestern nicht aktiv gespielt. Daher heute noch ein bisschen was zu tun. Wir können zum einen eine ganze Ecke Fisch verkaufen. Und eine ganze Ecke Getreide verkaufen. Das ist schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist dann, was wir damit machen. Nämlich wir kaufen erstmal Stahl ein. Der leider teuer ist. Öl brauchen wir auch. Kaufen auch Öl ein. Und sind dann eigentlich schon am Limit. Wir haben zwar viel Holz. Aber Stahl ist gerade Mangelware. Wir können so ein bisschen vielleicht noch hier mit den Ressourcen spielen. Genau. Ja, wir können jetzt nicht wirklich irgendwas bauen. Weil der Stahl wird gebraucht später für dann die weiteren Ausbauten. Also wir können quasi jetzt nur heute Fabrik Level 2 in Bau bringen. Und dann zwei Artis produzieren. Vielleicht, wenn wir noch ein bisschen Holz verkaufen. Mehr wird erstmal nicht gehen. Gas ist fürchte ich doch einiges wert. Wow. Ich lag falsch. Gas ist gut. Okay. Dann können wir sogar noch ein bisschen mehr kaufen. In Form von Stahl. So zum Beispiel. Das wird dann okay sein. Die Einnahmen dieser Provinzen werden helfen. Was ist hier oben eigentlich? Wir schauen nochmal nach. Wir waren jetzt eben gestern sehr defensiv. Heute sind wir offensiv. Da wir jetzt auch sehen, dass sie vermutlich AFK sind. Sie haben nämlich gestern zum ersten Mal kein Gold eingesetzt. Um hier drüben die Provinzen zu halten. Wir können also davon ausgehen, dass sie jetzt aufgeben. Sie hätten das gewinnen können. Hätten wir nicht solche Diplomatie betrieben. Hätten sie das easy gewinnen können. Weil ihre Goldmark das einfach für sie gemacht hätten. Aber ich glaube, sie haben jetzt den Spaß auch verloren. Und das merkt man auch öfters. Goldmark-Player verlieren sehr schnell den Spaß. Weil eben die Ergebnisse nicht stimmen. Du versuchst, schnelle Ergebnisse zu bekommen durch Goldmark. Und wenn dann die Ergebnisse nicht passen, dann ist der Frust halt da. Weil du hast zum einen Geld ausgegeben. Oder Gold. Und zum anderen hast du natürlich dann nichts erreicht. Trotzdem. Und das macht es halt doppelt und dreifach frustrierend. Ja, das ist hier wohl passiert. Gut, also Orca ist vielleicht auch frei. Wir werden es dann sehen. Anchorage zumindest sollte einnehmbar sein. Wir werden da mal schauen. Tionuk selbst werden wir nicht bekommen. Unsere Spione weiter aktiv. Ich werde mal die Spione abziehen übrigens. Denn ökonomisch sind sie ja jetzt eigentlich besiegt. Und wir gehen nach Tionuk und versuchen dort aufzudecken. Zu zerstören. Zu sabotieren. Das volle Programm. Und ja, das ist echt super wichtig für uns. Toller Tag. Gestern war gut. Unsere Allies machen das toll. Die werden bald noch hier ihre KI einnehmen. Dann werden sie nach Süden sich ausbreiten. Richtung USA zum ersten Mal. Washington, Oregon einnehmen. Alles AFK hier drüben. Das ist leider kein Ally für uns. Wir müssten die hier wirklich schnell ausschalten. Das ist hier, ähm, North Montana. Weil die sind in der Koalition mit Tamaulipas und Co. Und die ist stark. Und wir müssten die einfach schnell entfernen, bevor die irgendwie dann da eingreifen können. Das wäre für uns wichtig, bevor nämlich die dann hier einfach alles bekommen. Würde ich, würde ich vorschlagen. Nach denen hier, die hier. Das fände ich jetzt am relevantesten. Mal schauen, was unser Ally macht. Ich vertraue ihnen da. Werd ihnen da auch nicht irgendwie reinreden. Nicht Backseat-Game. Die machen das super. Aber das wäre mein Schritt. Weil wir dadurch dann nämlich vermeiden können, dass die Koalition hier stark wird. Das ist einfach, ne? Weil da können die nichts gegen machen. Die können es ja nicht aufhalten. Die haben ja keine, keine Truppen, keine Schiffe, keine Flugzeuge. Und dann würden sie den alle einfach sterben lassen. Ähm, das wäre ganz gut für uns. Und Aklawick hat einen relativ straightforwarden Gameplan. Sie ziehen bereits Truppen ab nach, ähm, Osten. Das ist super. Werden uns hier helfen. Werden hier dann, äh, einfach die Linien durchbrechen. So ein bisschen Gebiete einnehmen. Gerade die Festungen sind für uns gerade hart zu knacken. Aber wir haben ja auch, muss man sagen, ein sehr großes Heer. Wir haben 170.000 Truppen knapp. Wir haben sehr gut ausgeruhte, hochmodernisierte Truppen. Mit, äh, toller Ausrüstung. Mit viel Kavallerie, Panzerwagen. Wir haben ja keine großen Schlachten geführt. Wir haben eine einzige Schlacht gehabt, soweit. Im Krieg gegen, ähm, gegen Zentralasgar. Nämlich die Schlacht um, äh, Koyukuk. Und da haben wir sie vernichtend geschlagen. Kaum was verloren. Die einzigen möglichen Kämpfe, die wir hatten, waren jetzt hier im Norden gegen, äh, die KI. Und das lief ja auch alles ganz gut. Also, wir sind sehr ausgeruht. Wir haben nicht einen brutalen Krieg gesehen mit, äh, viel Zermürbung, mit großer Materialschlacht. Wir haben selbst kaum was verloren. Wir mussten halt nur warten. Und mussten Festungen bauen. Das war ziemlich nervig. Die, ähm, 6000 Stahl kriegen wir nie wieder. Aber, das ist okay. Das ist halt in der Preis gewesen. Hätten wir es nicht gemacht, hätten sie vermutlich einen Angriff gestartet. So einfach. Von daher bin ich da eigentlich zufrieden mit. Wir haben das hier gut unter Kontrolle. Werden jetzt hier langsam erst den Norden einnehmen. Uns vereinigen hier mit Aklawick. Und dann wird durch die Arti spätestens, durch die Landung frühestens, Anchorage fallen. Tirenook wird fallen. Und dann geht's sofort nach Sibirien. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.